So, und herzlich willkommen zurück bei Mithrid Fusion mit mir, Lufia Evolution 666, oh ja. Warum ich das jetzt gerade so betont habe, ist ganz einfach, weil die Musik hier ein bisschen gruselig ist, deswegen. Also, genau, wir haben ja bei der letzten Folge ein paar Bosse eliminiert, darunter der Sicherheitsroboter. Der Barrierenkern und Gedo die Riesenspinne. Und jetzt geht's weiter. Ah ja, stimmt, hier war ja was. Oh ja, wir halten aber ganz schön was aus. So, wenn ich jetzt natürlich wüsste, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Boom. Und das hat nichts gebracht. Toll. Muss ich nochmal zurück zum Navigationsterminal. Das kann auch sein. Ja. Scheißbienen. Die sich anhören wie Mücken. Okay. Scheiße. Jetzt muss ich einen Umweg machen, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Boah. Hier ist ein Nest von... Von Fliegen? Das gibt es nicht. Wo geht's jetzt weiter? Ja, danke. Boah. Das ist so toll mit einem Space Jump. Boah. Hoopala. Vorsicht. Samus, du musst auch ab und zu mal aufpassen, wo du hin stät. Oh ja, stimmt. Die Weltraumpiraten. So. Irgendwo muss es doch hier weitergehen, oder nicht? Boom. Nee. Nee, hier gibt's auch nicht. So. Ja, danke. Ja, ich lasse mich gerne treffen von denen. Ja. So. 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 Und. Ah ja, hier war das. Genau. Ja, dann muss ich nochmal ganz kurz zum Navigationsterminal. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, ja, ja. Das haben wir ja schon in der letzten Aufnahme gelesen. Vermutlich ist der Prozessin in der Aufnahme gekommen. Ja, dann. Ja. Dann muss es doch eigentlich irgendwie nach unten gehen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Aber irgendwie... Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Wo geht's jetzt hier weiter? Vielleicht muss ich ganz nach oben nochmal hin. Und dann irgendwie nach unten. Das kann ja auch sein. Ah. Da. Seht ihr? Seht ihr? Da haben wir doch schon was gefunden. Nein, das war ein Fail. Sorry. So, ja. Oh ne, das dauert mir zu lange. Powerbombe. Sei aktiv. Danke. Oh, oh. Das SRX. Oh Gott. Hau bloß ab, SRX. Ja. Gehst du auch mal weg? Ey. Nicht mit so wenig Leben, ja? Ey. Ihr habt doch einen Arsch offen, ey. Ja. Muss ich wohl. Richtig. Wow, 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 wow. Schnell abhauen. Und tot. Super. Okay. Da muss ich ein bisschen mehr Leben haben. Definitiv. Ja, kotzt mich anfliegen. Oder blieben. Das war nicht klug von mir. Ja, ich weiß. Danke, danke, danke. Scheiße, ich dachte, das Missfiel wieder droht. Aber nein, da hab ich falsch gedacht. Boah, wie soll ich das überleben, ey. Ja. Lol. Jetzt hat mich das SRX nicht gesehen. Aber jetzt. Scheiße. Boah. Also, wenn ich jetzt nochmal verliere, dann muss ich zum nächsten Regeneration... Äh, zum nächsten Generator. Aber wo ist denn der nächste? Da oben. Ja, nee. Okay. Wir können ja sowieso nicht zurück. Also muss ich das jetzt hier irgendwie schaffen. Hm. Toll. Ja, das wird ja lustig. So. Oh Mann, die Fliege, die nervt, ey. Oh Mann, warum sag ich nicht mal Fliege? Das ist doch eine Biene. Okay. So, und nochmal das blöde SRX machen. Brumm. So, jetzt friere ich das aber erstmal ein, ey. Schnell abhauen. Wow. Das SRX ist wirklich sehr schnell. Scheiße, ey. Ich muss abhauen. Ich hoffe, es sieht mich jetzt nicht. Scheiße, ich hab nur 40 Lehm, ey. Fuck. Also, wenn mich jetzt ein Gegner treffen sollte, dann bin ich tot. Definitiv. So. Und hier geht's nach unten. Boah, hier ist es aber ganz schön mit Wurzeln zu wachsen, ey. Wahnsinn, ey. So. Geht's hier noch irgendwie weiter? Nein. Ich störe frisch. Oh nein. Nein. Ja, kommt. Kommt, 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 kommt. Boah, ich brauche Leben, ey. Ganz dringend. Scheiße. Oh, toll. Jetzt darf ich nochmal die ganze Schitte mit dem Is-